Festo unterstützt die Wissenswerkstatt Zerbrücken, weil wir überzeugt sind, dass es wichtig ist, Kinder und Jugendliche für den MINT-Bereich zu interessieren. In unserer Gesellschaft spielt IT und die Technik eine ganz zentrale Rolle und dies muss sich natürlich auch in der Förderung der Jugendlichen niederschlagen. Und zwar nicht nur, erst wenn sie einen Beruf suchen, sondern gerade in jungen Jahren muss man ihnen die Möglichkeiten geben. Festo hat am Standort St. Ingbert einerseits das Feste Lernzentrum, aber auch einen großen Produktions- und Logistikstandort und deshalb engagieren wir uns hier vor Ort in der Region. Vielleicht möchte ja auch Ihr Unternehmen die Wissenswerkstatt unterstützen. Herzlich gern! www.feyyaz.tv